Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator berät den Bauherren und baubeteiligten Gewerke über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen. Sobald wir dort ein gewisses Kontingent erreichen an Gewerken, die vor Ort sind, dann kommt ein Bauherr auf das ZAG zu und fragt dann nach der Dienstleistung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators, da dann dort unterschiedliche Gefährdungen auftreten können, die die Gewerke untereinander eventuell gar nicht kennen. Und wir versuchen dann als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator diese zu identifizieren, erforderliche Schutzmaßnahmen zu formulieren und diese dann auch dem Bauherren und den baubeteiligten Gewerken zu unterbreiten, vorzuschlagen und sie dann auch bei der Umsetzung zu unterstützen. Und die Grundlage dafür ist der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan. Alle Gewerke werden dort aufgelistet inklusive des Tätigkeitszeitsraums und dann guckt man, welche Gefährdungen ergeben sich aus der Arbeit der jeweiligen Gewerke und mit welchen erforderlichen Schutzmaßnahmen kann man diesen denn begegnen, damit die Gewerke sich untereinander nicht gefährden. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wenn es zu keinen Verletzungen an der Baustelle kam und wenn natürlich die Leute gesund in die Rente gehen, dass die Menschen möglichst lange auch diesen Beruf ausüben können.